3 einfache Minecraft-Befehle, um deine Freunde zu tronen. Nummer 1. Hilfe, TNT verfolgt mich. Schraziere einen Comment-Block, setze diesen auf Repeat und immer aktiv 20 Ticks Verzögerung rein und tippe dann diesen Execute-Befehl hier ein. An dieser Stelle hier muss allerdings der Minecraft-Name deines Freundes rein. Dann sollte der Game-Mode noch auf Survival sein und schon wird der Betroffene von unendlich viel TNT heimgesucht. Nummer 2. Ein Bonus-Befehl. Tippe in den Chat Kinguin12 ein, um automatisch zum großen Feelingsrabatt von Kinguin weitergeleitet zu werden. Hier gibt es nämlich etliche Videospiele mit großen Rabattaktionen und mit den Code Guides kannst du sogar nochmal 12% sparen. Da machen deine Freunde aber auf jeden Fall Auge, wenn du dein Lieblingsgame super günstig abstauben wirst. Nummer 3. Die ewige Verdammnis. Schraziere einen Comment-Block, setze ihn auf Repeat und immer aktiv, auch hier wieder eine Verzögerung von 20 Ticks und tippe dann diesen einfachen TP-Befehl hier ein. An dieser Stelle kommt wie immer der Gamertag eures Freundes. Durch diesen wiederholenden Befehl wird der Spieler immer wieder 10 Blöcke in die Höhe teleportiert, erleidet Schaden und stirbt irgendwann. Das Ganze wiederholt sich dann so lange, bis ihr den Befehlblock logischerweise deaktiviert.